sooo es geht weiter jetzt aber der stein muss besorgt werden stein besorgen obwohl der stein eigentlich gar nicht gebraten ist steck mal kurz ab ne komm ich geh jetzt mal den stein verbauen den ich jetzt hier dabei habe diese 28 steinziegel diese bis 28 steinziegel verbaue ich jetzt erstmal danach kehre ich zurück und sammle dann den rest der steine auf ich hoffe bis dahin ist dann alles auch gebraten auf ich doch erwartet mal ich pflanze mal kurz die hühner und die kühe muss ich denke ich nicht fortpflanzen oh mein gott die hühner muss man auch nicht fortpflanzen man wirft die einfach rein man klatscht die einfach ein so klatsch gegen boden kommt der klatsch 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 da sind wir mit den hühnern wie die da raus kommen kloppen und geräusche machen aber das blöd also ich finde das auch etwas blöd also wenn man jemanden also hier im minecraft hier mit einem eintritt dann sieht es so aus als ob er im platz wurde das heißt leben verloren hat war halt aber nichts passiert dass im heid wenn man von einem ei getroffen wird dann tut es richtig weh und man kann davon verletzt werden also nicht nachmachen bitte im real life hier so mit eiern jemand bewerfen das tut weh man darf man kann man sich auch richtig verletzen habe ich natürlich jetzt nicht ausprobiert an mir oder jemand anderes aber ich aber ich weiß dass eier hart sind also nicht denken eier sind ja weich wenn man sie wenn man sich auf den boden punkten lässt dann gehen sie kaputt ja mag sein aber der boden ist auch hart ein kopf ist halt nicht so hart ja das muss man bedenken oh scheiße kommt ein creeper rein hallo creepy hallo mein süßer bist du blöd oder bist du blöd ja du bist blöd stehst da blöd da rum so dank fürs level oh die hühner ah nee ich hab sie nicht fortführen ah ich musste die hühner doch fortpflanzen hätte ich ein bisschen experience bekommen ein bisschen xp das wäre ganz angenehm scheiße drei was mich mit diesen drei schwarzen über so alles weg damit und dann geht es auch weiter top 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 es wird weiter gebaut ja unter wasser unter wasser unter wasser da sind die steinziegelchen die bescheiden sind alle aktiv da sehe ich das wasser tü 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 wasser Ku da incapable ich verbaut und danach musst du halt das wasser zu was jetzt so was geht hoch hoch Ja, ich muss erstmal hier die Decke machen Ne, oder ich baue erstmal diese Seite Ah ne, hier unten muss man ein bisschen zu Ende gebaut werden So, hier ein bisschen Hier auch nochmal Dann baue ich erstmal lieber die linke Seite zu Ende Na komm, dann baue ich lieber so Ah scheiße, die Steine sind zu Ende Ja, das war es auch schade Das ist schon ganz schnell zu Ende gegangen Boah, wie man hier auch braucht Man braucht aber jede Menge Steine Aber bald ist das Unterwasser Problem schon zu Ende Das Unterwasser Problemchen Danach geht es wieder in den Berg rein Beziehungsweise in die Erde rein Und danach nähert man sich auch schon dem Höhenhäuschen Also dauert doch gar nicht so lange, wie ich mir gedacht habe Das Ganze hier zu bauen Also wenn man wirklich dran arbeitet Dann schafft man das auch schnell Also alles hier eigentlich in Minecraft Oder auch im Leben Generell schafft man eigentlich viele Sachen Wenn man wirklich dran arbeitet Auch wirklich schnell Also schneller, als man es sich gedacht hat Irgendwie, keine Ahnung Äh Ja, was weiß ich was Bogenschießen Sagen wir mal das Normalerweise kann man ja das hier nicht Aber wenn man wirklich hart jeden Tag trainiert Kann man das schon recht schnell erlernen Natürlich nicht wie so ein Megaprofi Aber man kann es dann schon recht gut Auch schon nach 1-2 Monaten oder so Also man denkt sich 1-2 Monate So viel Ja, es kommt viel vor Aber in Wahrheit ist es eigentlich gar nicht mal so viel 1-2 Monate Also wenn man wirklich dran hart arbeitet Also hart daran arbeitet Und es einem Spaß macht Bogen zu schießen Also Ja Dann Wird es auch nicht so lange dauern So ich nehme mal den Stein hier mit Den ich jetzt hier rausgetakt habe Zerkrafte ihn Ins Steinziegel und go weiter Oh 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 yeah Oh yeah Oh yeah oh yeah Und danach komme ich wieder zurück Und sammle den Rätsel Das Rätsel, den 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 Rätsel wieder ein Oh 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 yeah Jump, 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 jump Es wird zur Station gejumpt Auf dem Craften Table Scheiße Bin nicht drauf gekommen So jetzt mal was wieder futtern Und wieder rein Up in die Station Ne, ich gehe lieber oben durch Ich denke oben ist schneller Ich weiß nicht Ich laufe einfach mal hier oben Weil Hier von oben dahin Swim 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 Ich gehe mal unter Ist man hier unten schneller Ich weiß gar nicht Ich gehe da unten Ist man langsamer als hier oben Doch hier oben sollte man schneller sein als unten Also als man unten da auf den Boden geht Es wird gebaut Es wird gebaut Der Gang, der Unterwassergang für die U-Bahn-Station U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn Oh, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, bald muss auch schon das Klaus-Sonder wieder gebaut werden Sonst ist es viel zu dunkel Aber ja, solange die Sonne scheint, ist alles okay noch Also recht okay Es war dunkel, ne, nicht dunkel, äh, das... Die Luft geht zu Ende, meinte ich Ja, ist so dunkel vor Augen Wo man halt keine Luft hat Ja, 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 ey, man verreckt Also ohne Luft stirbt man ja normalerweise Äh, weiß ja bestimmt jeder Äh, wop, wop Ja, was heißt hier normalerweise? Man stirbt ohne Luft, man braucht Luft Ja, ich werde jetzt nicht in die Biologie reingehen Wieso das genau ist, will ich jetzt hier niemanden damit quälen Aber ja, ich sage einfach mal, äh, ohne Luft stirbt man einfach So einfach geht das Scheiße, zu hoch gebaut, das muss weg Tup, 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 tup Hoch, hopp Und dann, oh, fast fertig, fast fertig Dann wird's Zeit für Wasser zu bauen Tup, 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 tup äup, tisap Ja, bald fertig, bald fertig Äurpös, ssp Weil das muss da ja jetzt Hier so zugebaut werden, das ganze Wasser hier Und so So, ich swimme mal Dorthin, oh ne, ich muss hier erstmal Erde ausrüsten Erde ausgerüstet, ja Sir Und dann wird Das Wasser zugebaut Wasser, komm her Böse Wasser, böses Wasser Böse, böse, böses Wasser Scheiße, wieder viel zu dunkel alles Ach blöd, richtig blöd Ich hasse, wenn es so dunkel ist Blöd, blöd, blöd So, dann irgendwie, ich hoffe doch Ich krieg das hier alles zugebaut Auch wenn ich hier so richtig blind bin Also ich sehe ja jetzt grad gar nichts Auch mit Helligkeitsstufe 100% hier in Minecraft Sehe ich gar nichts Sepp, sepp, sepp Da oben auch nochmal Klatsch, klatsch, klatsch Und das war's auch, ja, geschafft Ein weiterer Schritt zum Sieg So, ähm, wo musst du eigentlich das Loser nennen, weiß ich gar nicht Schaufel, da ist die Schaufel Schaufel, schaufel Scheiße, komm, Wasser Was ist das denn? Das gefällt mir gar nicht Nein, 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 los geht's Es geht weiter Das Wasser muss so gebaut werden Zack, so Hab wohl ein bisschen Wasser vergessen Zuzubauen Ich boah jetzt denke ich erstmal Klosterne Wo bist der? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, hier kommt wieder Gloucester nähen. Ähm, dann hier nochmal, zack, daneben, zack. Wasser, hau ab. Zap. Boah, jetzt wieder hier alles mega hell, das ist gut. Bloß keine Monster sparen. Bloß nicht sparen, hier ein bisschen Monster. Ja, 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 ja. Okay, da kommt schon der Sand. Also bis zu dem ich da gebaut habe, also bald fängt das Wasser wieder an. Böses Wasser. Ja, mal ein blöder Sand. Man muss immer warten, bis er erstmal runterfällt, bis auf den Boden. Dass man ihn dann erst abfauen kann, das ist, finde ich, immer blöd. So, scheiße, wieder hier Wasser. Ohne Ende Wasser, nein, ich hasse dich, Wasser. Wieso bist du auch da? So, scheiße, hier fehlt noch ein Block, zack, so. Äh, bis wo baue ich? Ich denke, bis hier. So, hier wieder mal alles zu bauen. Zack, 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 zack. Da oben auch. Gletsch, gletsch, gletsch. So, dann geht hier auch alles zu. Jetzt ein bisschen besser ausgeleuchtet. Der ist ja mal ganz angenehm. Hier nochmal. Da nochmal. Überall nochmal. Zap. Also, durchs Wasser wird hier schlechter Licht durchgeleitet. Die Minecraft ist auch im Real Life so. Das finde ich ganz gut, dass sie es so gemacht haben. Also, die Lichtdurchlässigkeit vom Wasser geringer ist als... Scheiße, das geht weg. Als von der Luft. Also, normalerweise ist überall hier in Minecraft sind überall Luftblöcke. Also, man kann sie nicht abbauen oder auch hinbauen. Also, hier ist überall Luft. Also, es gibt auch so, denke ich, so einen Block. Also, kann man sich herspornen. Ja, wenn man cheatet. Halt, wenn man Admin ist und man eingibt, slash give. Also, gib mir den Block. Tralala, da hat man den im Inventory. Da kann man sich den Block Luft halt geben. Hab ich mal, denke ich, mal gemacht. Und 64 Stück. Und wenn man ihn einmal, denke ich, hinbaut, dann verschwinden alle 64 Stück. Also, der Block existiert nicht wirklich. Er existiert aber nicht wirklich für den Spieler, dass man ihn irgendwie anfassen kann oder hinbauen kann oder so weiter und so fort. Er hat auch keine wirkliche Bedeutung hier. Aber der ganze Raum hier, der muss ja irgendwie gefüllt werden. Und der Computer versteht halt nicht nichts. Er versteht entweder, es gibt etwas oder es gibt halt nichts. Und wenn es nichts gibt, dann gibt es auch kein Spiel. Und ja, man will halt ein Spiel hier haben. Und deswegen muss es halt was geben. Komm, schwimmt, schwimmt. Ja, so, super geschafft. Hier nochmal zu bauen. Zack, 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 zack. Es wird langsam dunkel. Draußen. Also, hier im Spiel. So, 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 so. Wo, wieder sehe ich nichts. Das ist scheiße. Es wird wieder Glowstone. Ach, hier, ach, hier. Glowstone. Boah, boah. Ich hoffe doch, ich verbaue mich jetzt hier nicht. Äh, ne, ne, ne. Zack, die Luft geht langsam leer. Ja, sehe ich. Äh, okay, raus hier. So, wo mussten hier wieder Glowstone? Boah, Glowstone muss irgendwo wieder hingeklatscht werden. Ähm, wo? So, abziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, sechs, dann sieben, acht, neun, zehn. Äh, habe ich verkackt oder habe ich verkackt? Boah, ich habe den nicht verkackt. Neun, zehn. Keine Ahnung, ich baue einfach mal hier Glowstone hin. Einmal verkackt, schadet ja nicht. Oder ist ja nicht so schlimm. Also, schadet doch, aber ist nicht so mega schlimm. So, dann sehe ich auch wieder mal die Erde. Leute, drüben. Bald ist auch schon alles zu Ende hier. Unter Wasser gebaut. Fast geschafft. Ich habe gar nicht gedacht, dass so schnell alles gehen wird. So, so. Hier nochmal, zack, 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 zack. Hier nochmal. So, ah ne, musste ich gar nicht da. Ah doch, 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 hier muss auch noch zugebaut werden. Erde. Komm her. Zubauen. Hier unten auch nochmal, zack, 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 so. Alles fertig, alles zugebaut. Ja. Jetzt hier wieder weiter abbauen und dann fast fertig. Fast fertig. Alles jetzt hier weg, alles jetzt hier weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Scheiße, kommt Erde. Habe ich verkackt wieder. Ja, ich verkacken dauernd irgendwie hier beim Bauen. Aber es sind ja nicht so schlimme Verkacker. Wie wenn man in die Lava fällt und dann stirbt. Das ist natürlich scheiße. Dann hat man, normalerweise hat man viele Sachen dabei, wenn man so in die Lava fällt. Normalerweise. Und ja, wenn man dann halt stirbt und verliert und dann halt alles. Das ist dann halt richtig scheiße. So, hier auch nochmal alles weg. Zack, 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 zack. So. Dann geht's weiter. Ähm, dann baue ich, denke ich, auch schon mal die ganze Decke zu. Die ganze Decke geht zu. Äh, hier denke ich ja so. So, und dann hier nochmal so. Und dann hier auch nochmal, zack. Und dann hier auch nochmal, ah, da reicht, habe ich vergessen. Das zu bauen, dann wäre egal. Woher sehe ich gar nicht? Scheiße, ich sehe jetzt jetzt gar nichts wieder. Das ist blöd. Ich habe Scheiße gebaut wieder. Richtig dicke Scheiße. So eine richtig dicke Kackwurst habe ich hier gebaut. Aber man, lieber nicht vorstellen. Ist ekelhaft. So, so, so. Und das ist fertig. Ja, jetzt muss ich wieder abzählen, wo denn Glowstone wieder hinkommt. Ich brauche jetzt mal hier noch eine Reihe ab. Und dann zähle ich mal ab, wo wieder Glowstone hinkommt. Damit es ja auch wieder alles ausgeleuchtet ist. Glowstone! Wo kommst du hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, sollt ihr hinhauen. Ich denke, da kommt es hin. So, ja auch nochmal. Oh, da ist der Vollmond. Und, boah, geht der schnell unter? Das geht aber schnell. Weil man sich das so betrachtet. Ja, ja, geht schon schnell. So, zu. Vielleicht war es auch nur eine Illusion des Wassers. Uh, das dort floss. Das kann auch alles sein. So, das geht ja auch weg. Zack, 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 zack. Boah, fast geschafft, fast geschafft. Jetzt hier die letzten Blöcke zu bauen. Und dann ist auch schon Ende. Also die letzten, ja, Blöcke Wasser. Also Wasser sind auch Blöcke hier in Minecraft. Sind nicht einfach irgendwie, keine Ahnung was. Sondern sind auch Blöcke. Alles besteht ja aus Blöcken. Ist ja auch deswegen Minecraft genannt. Oder? Minecraft? Ne, Minecraft heißt Minenkunst oder so. Also doch nicht so. Ach, scheiße. Zwei Crafting-Tables. Eine reicht nicht mehr. Ein Mann muss immer zwei Crafting-Tables hier machen. Hinbauen. Gleichzeitig. So, ich mache mal zwei Schrauben sofort. Axt, zack, zack. Und dann die rassische Erde hier abbauen. Und dann ist auch schon Ende. Fast geschafft, fast geschafft, fast. Dö, 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 dö. Geschafft, 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 geschafft. Oh, hier, geschafft. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist, nein, doch nicht. Doch, noch nicht ganz. Scheiße. Hab noch ein bisschen verkackt. Zack, so. Jetzt ist es vollbracht, hoffe ich doch. Da ist noch ein bisschen Kohle. Könnte man auch noch abbauen. Ja, es ist vollbracht. Jetzt geht es in den Berg rein. Und dann auf der anderen Seite. Eventuell sollte ich den Gang weiterbauen. Also hier, die Wände und so alles. Oder, ich weiß gar nicht. Vielleicht brauche ich das Ganze am Ende, dass es mit den ganzen Wänden stinkt. Ja, ich brauche erst mal den Gang, weil in Real Life macht man das auch. Erst mal den Gang und danach denke ich die Wände. Und nicht sofort, dass man die Wände... Oder doch. Ich weiß gar nicht, wie man das in Real Life macht. Das ist aber auch egal. Minecraft ist nicht Real Life. Minecraft ist ein Spiel. Und Spiele sind halt Spiele. Ja, und deswegen ist es halt so. weil es so gut machen. Das ist das Problem. Und da bevor kann ich mich closebekommen.